Hallo ihr Lieben! Willkommen zurück zu einer kleinen Bonus-Folge von BlackSails. Ich bin natürlich zu neugierig und ich muss wissen, wie es ausgeht, wenn wir uns hier am Ende anders entscheiden, andere Entscheidungen treffen. Ja, wir wählen jetzt, also in der letzten Folge haben wir ausgewählt, dass es halt nicht unsere Stimme war, also nicht die Stimme des Bruders, die wir hier die ganze Zeit gehört haben, sondern die Stimme des Schiffes. Und ja, es war halt nur eine Einbildung, mehr oder weniger, aber wir sagen jetzt einfach mal das hier. Ich kann Realität und Wirklichkeit nicht mehr auseinanderhalten. Anna, du bist wirklich verwirrt. Sieh dich um! Das Schiff brennt! Und alles, was zählt, ist, dass wir beide sofort durch die Tür dort gehen und das Schiff verlassen. Wir beide! Du und ich! Hör auf! Hör auf zu reden! Vertrau ihm! Aber die Stimme sagt ja, wir sollen ihm vertrauen, ja? Und er will, dass wir zusammen gehen. Aber wir sagen... Hm... Du bist nicht real! Das Ethanol! Das Ethanol! Es müssen die Dämpfer aus den Fässern sein, die das mit dir machen! Komm zur Vernunft, bevor uns das Schiff um die Ohren fliegt! Komm zur Vernunft! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann dir nicht helfen! Du musst mir helfen! Konzentriere dich und sei stark! Ich habe dir schon einmal den Weg gezeigt! Hm... Anna! Hör mir zu! Das ist alles real! Du! Ich! Meine Schmerzen! Ich wünschte, wir würden uns das alles hier nur einbilden! Aber glaub mir! Wir sind in großer Gefahr! Hilf mir endlich ins Boot! Wir müssen weg! Ich meine, einerseits bestätigt ja die Stimme, die wir jetzt hören, das, was Lex sagt! Aber... Hm... Du bist nicht real! Ich werde dich und diese Version hier an Bord lassen! Hm... Du existierst nicht! Ich muss dich auslöschen mit diesem Revolver! Ähm... Das möchte ich jetzt erstmal eigentlich noch nicht machen! Können wir eigentlich an dieser Stelle speichern? Nee, können wir nicht! Schade! Okay, wir... Sagen... Also, die erste... Das erste Ende, was wir durchgespielt haben, zählt natürlich! Und, äh... Ich würde sowas hier natürlich nicht tun! Du bist nicht real! Ich werde dich und diese Vision hier an Bord lassen! Für immer! Anna! Natürlich existiere ich! Bist du wahnsinnig geworden? Es tut mir leid! Ich weiß nicht, was ich denken soll! Begleite mich! Oder? Du kannst mich nicht hier... Okay, komm! Du kannst mich nicht mehr von meiner Entscheidung abbringen! Von einer wie dir hätte ich gar nichts anderes erwartet! Oh! Na los! Worauf wartest du noch? Oh Gott! Ob wir es wirklich tun? Nun... Ich gehe mal. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Wir lassen ihn wirklich zurück. Wie herzlos! So, meine Lieben. Der letzte Versuch. Ich muss es tun. Obwohl es mir gerade widerstrebt. Ich meine, ich ballere sonst auch gerne rum. Aber eigentlich möchte ich Lex nicht töten. Aber ich will einfach wissen, ob wir es wirklich tun. Bringen wir ihn wirklich um? Von einer wie dir hätte ich gar nichts anderes erwartet. Woa. Woa. Tja, ihr Lieben, das war es dann jetzt endgültig mit Lex Sails. Wir haben einfach nochmal die anderen Möglichkeiten durchprobiert und wir sind wirklich so gnadenlos und hätten es getan, beziehungsweise haben es getan. Mir gefällt das erste Ende am besten, wo wir mit Lex zusammen fliehen und das ist auch das gültige Ende für mich. Ähm, das war einfach nur zum Probieren. Macht's gut und ciao!